So Eine Groove mit ihr verdammten Viecher Es hat offen meine Pads dann stehen lassen uns gut tun Wo ist ein Donner? Ach da Wir sind vorhin in der Nähe Dann raste ich mal lieber damit die Zauber und meine Leben voll sind Sicher ist sicher Ach du heilige Scheiße Na eh Zauber hab ich nicht oder? Die sind so schnell Ah 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 Oh, 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 ich muss trinken. Oh, so geht's auch. Ratten. Halle der Erinnerung. Halle der Erinnerung. Oh Gott, was ist denn das für ein Gesang dahinten? Auf der Säule ist eine alte Inschrift in einer unbekannten Sprache zu lesen. Erst weitere Studien könnten ihre Bedeutung erklären. Ah, Erfolg. Die Inschrift scheint in Elfensprache geschrieben zu sein. Unbeschreibte Geschichte zerstörten Stadt Ascalhorn. Überlesen wir Geschichte. Kommt her und blickt zurück im Zorn, was wurde aus dem schönen Ascalhorn. Erlands Kronjuwel war Ascalhorn, sein ganzer Stolz und sein Schönheitborn. Mit jedem Schrift zum Turm der Macht stieg auch eine Neidezahl über Nacht. Doch nicht Neide blickt uns störe in eine Nachtmacht und nur uns gehörte. Doch all das, als das Volk der Menschen wuchs heran, da wurde uns erst zu Angst und Bange. Verfall kroch bis in die Schattenmark der Menschenmacht, sie wurde zu stark. So hoch gestiegen und doch gefallen der Sonnenglut war unsere Kraft verfallen und die Stadt lag den Bösen zu Füßen. Das Böse, von uns selbst entfacht, zeigte uns bald seine ganze Macht. Wir mutterten das eigene Kind, zeigten mit Glut und Tod für die Sünd. Als Verräter uns getreute, wir liegen im Sand, im Tode vereint mit Scham und Schand. Auf ewig sollen unsere Seelen büßen. Wer immer hier unsere Ruhe stört, muss keine Tränen vergießen. Was wir getan, ist heimgezahlt und ließt die Eintracht neu ersprießen. Seid nicht zu streng und lasst Milde walten, wir gaben unsere Bestes. Kommt her und schaut aber nicht im Zorn, was wurde aus dem schönen Naskar. Na, schön geschrieben. Kann man das kaputt machen? Machen wir mit. Mein Angriff hat keine Wirkung. Das Ding macht ganz schön Lärm. Ja, ich hab's eingeschlagen. So. Oh, Zeug. Ein Morgenstern. Uiuiuiui. Pfeile. Das sind ja nutzlose Pfeile. So. 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 Jahre verwaschen und rissig geworden, zeigt die Stadt einen gut aussehenden, aber androgynen Elfen mit einem glitzernden Schwert in der Hand und einer Mulette am Hals, in das eine Mondsichel eingraviert ist. Der Elf blickt euch aus traurigen und entdrückten Augen an. Ihr werdet das Gefühl nicht los, dass man euch beobachtet. Auf dem Fundament der Stadt steht folgende Hinschrift. Ich bin der Zuwachende... Ne, ich bin der... Ich bin... Ne, ich, der zu wachen habe über jene, die da ruhen. Bitte euch in meinem Namen, um ein Gebet zu sprechen. Korrelion Laritian, Schöpfer der Elfen und der Ersten Seltarine. Ups. Die Statue anspucken. Ah, ich bin verflucht. Oh. Ja, Meister. Ja, für den... Ungrif verschlingt der Fördernahrung hinunter, seine Wunden heilen sichtbar. Ah. Wollt er den aber angreifen. Äh, frommes... Frommes Gebiet vortäuschen. Ich bin noch mehr verflucht. Kann man das... Kann man das irgendwie kumulativ hochtreiben? Ich... Das kann man kumulativ hochtreiben. Ja, dann hier... Ihr spürt, dass euer Gebet ignoriert wird. Ja. Ich bin dafür... Wir machen das Ding kaputt. Mein Angriff hat keine Wirkung. Ja, helft mal mit, Leute. Ich bring das Ding zu Fall. Es nimmt Schaden. Ich mach trotzdem Schaden irgendwie. Aber, aber die haben eine schöne Resistenz. Oder viel Leben. Mein Angriff hat keine Wirkung. Ja, gut. Das reicht. Aber füttern. Geht. Mit den Vertrauten spielen. Wir beginnen mit eurem Vertrauen eine spannende Runde. Ich sehe was, was ihr nicht seht. So, wunderschön. So, wir haben den Elfen... Da auch mal ein bisschen... Hau draufgegeben. Ähm... Folgendesweise näher bei mir bleibt. So. Ja, wie kann ich euch helfen? Ähm... Strategie ändern... Halt euch nah bei mir. Und die sind nämlich immer irgendwie 20.000 Kilometer entfernt, habe ich das Gefühl. So, da oben geht's... So, da oben geht's... Zu unteren Krypto. Also würde ich mich mal erst mal da umsehen. Zu dir, Tür da hinten. Abgeschlossen. Und das gleich dreimal. Gut, dann gehen wir ja zur unteren Krypto. Irgendwo müssen die Kobolde hier sein. Und da hinten sind offenbar schon welche. Uiuiui, was war denn dat für'n Licht? Oh, Geist. Gegen lebende Elfen habe ich nichts einzuführen, aber aus Elfengeister mache ich mir nichts besonders viel. Ich grüße euch. Hürdet euch sterblicher, denn dies ist die Grabstätte von Nelmaldor, dem Ritterhelden von Ascalhorn. Was führt euch hierher? Plünderei würde euch nur den fürchterlichsten aller Flücher einbringen und eure eigene Seele vernichten. Doch wenn ihr mit mutigem Herzen kommt, würde ich euch willkommen heißen und mit euch sprechen. Jesus. Sterben irgendwie Geister oder so? Was für ein untotes Wesen seid ihr? Ich bin kein bösartiger Unhold, der für einen Mord beibüßen muss. Wenn es das ist, was ihr meint, ich bin ein Wächter dieser Krypta. Es ist meine Pflicht und meine Ehre, über die Toten meines Volkes zu wachen. Zu Lebzeiten war ich ein angesehener Krieger von hohem Rang. Der Preis dafür war diese ewige Pflicht und ich bezahle ihn gerne. Doch die Ausübung meiner Pflicht wurde vereidelt und so bleibe ich hier in dieser einzelnen Kammer. Ich bin mir nicht mehr in der Lage, den Schlaf meiner Brüder zu beschützen, da ich aus den übrigen Gräbern vertrieben wurde. Aber vielleicht seid ihr ja bereit, mir zu helfen. Ich suche eine Gruppe Kobolder, die sich in dieser Krypta erfreuten könnte. Als vor kurzem habe ich eine ängstliche Ankunft gespürt. Sie sind noch immer hier in der Krypta. Doch sie haben ein großes Unheil angerichtet. Ich wäre sie liebend gern wieder los. Ja, wenn irgendwas hört, dass meine Nase ist gerade dicht. Es wäre tatsächlich eine Wohltat, wenn ihr diesen Abschirm entfernen könntet. Wenn ihr bereit seid, mir zu helfen, könnte ich euch einen einfachen Weg aufzeigen. Hm, was nehmen wir dann? Ich brauche eure Hilfe nicht, Geist. Ich verstehe. Solltet ihr eure Herzen dennoch einen Stoß geben, dann sprecht mich nochmal an. Bis dahin gebe ich euch den guten Rat, in diesen Hallen vorsichtig aufzutreten. Ich wanne euch noch einmal, stirbt mein Überrasse und stirbt. Ich will nochmal gucken, was da drin ist. Lagenbogen plus eins, Goldring. Hm. Die tun teilweise richtig weh, die Dinger. Alter, mir ein Fluch aufgeheizt. Alter, mir ein Fluch aufzutreten. Das war mein Krebs. Das war mein Krebs. Alter, mir ein Fluch. Oh, ich brauche einen Reiler. Toll, genau die wollte ich gerade. Ja. Tolle was. Der hat mich gewonnen, Hedit. Gut, schlechte Idee. Okay, ich rede in der nächsten Folge mit ihm. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.